Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Flingern-Nord. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 30 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 690 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017